Ich bin Lumina, Lumina, der goldene Engel, welcher dir Heilung und Liebe überbringt. Und ich komme zu dir aus den Reichen der Elohim. Ich überbringe dir die höchsten Grüße der bedingungslosen Liebe und ich lege sie dir direkt in dein Herz, wenn du es erlaubst. Lumina ist gekommen, um dir ein Bad der Heilung anzubieten, ein Bad der Heilung, welches dich neu ausrichtet und welches dich voller Liebe tragen wird. Und so lade ich dich ein in den Tempel von Lumina. Lumina, nehme nun einen tiefen Atemzug und wenn du bereit bist, gebe mir ein inneres Ja, damit dich deine inneren Helfer jetzt direkt zu Lumina bringen können. und nehme nun noch einmal einen tiefen Atemzug und du wirst sehen, dass du nun genau in der Mitte meines Tempels stehst. Ich führe dich in einen Raum. Ich würde sagen, es ist ein Raum für die Wellness der Seele. In der Mitte des Raumes befindet sich ein Bad und wenn du magst, dann darfst du jetzt in dieses Bad dich hineinlegen. Ich streue Rosenblätter auf das Wasser und ich werde auch ein Duftöl, ein paar Tropfen dieses Öles in das Wasser hineinfließen lassen. Und nun beginne ich, die heilende Energie der Liebe zu übertragen. Ich tröste deine Seele. Ich tröste dich, mein liebes Menschenkind. Erhole dich ein wenig und lasse dich heilen. Denn auch wenn du vielleicht sehr müde bist, wenn dein Alltag so schwer war, dann wirst du jetzt in diesem Moment meine heilenden Energien sehr genießen können. und so umhüllt dich die Energie von Lumina voller Kraft, voller Hingabe und Liebe. Es ist so, wie wenn du schweben würdest. Das Wasser trägt dich. Du spürst deinen Körper, wie er schwerelos wird. und du spürst, wie Heilung dich von Kopf bis Fuß durchflutet. Du spürst die goldenen Wellen der Heilung von Lumina, wie sie jede Zelle erreichen. Du spürst, wie diese Wellen wirklich durch jeden Zellkern hindurch fließen. wie sie gleichzeitig das nehmen, was es dir schwer macht. Wie sie das nehmen, was dich belastet. Und gleichzeitig das bringen, das Licht der Heilung bringen, welches dich aufbaut, welches dir alles leichter macht. Und so schwebst du, bist schwerelos in diesem Bad der Heilung, tief verbunden mit deiner Seele und tief verbunden mit Lumina. Die Töne des himmlischen Chores tragen dich und du spürst, wie eine große Entspannung deinen Körper durchflutet. Du spürst, wie das Wasser sanft auf der Oberfläche deinen Körper in kleinen, ganz kleinen Wellen berührt. Du bist vollkommen entspannt und genießt das Heilbad von Lumina. Ich singe nun deinen Namen. Ich singe ihn mit den Tönen der Liebe und der Heilung. Genieße diese Momente, denn sie sind heilig, heilige Momente eng verbunden mit dir und deiner Seele und der Heilung von Lumina. Lasse Lasse deine Gedanken dorthin schweifen, wo sie hingehen möchten und stelle dir vor, wie dein Körper vollkommen gesund und kräftig ist. wie ein jugendlicher Körper dich schmückt. Denn so soll es sein, so soll diese Heilung für dich wirken. Sie soll vollkommen in der göttlichen Ordnung für dich sein. und so tragen dich die Wellen der Heilung noch ein wenig. Voller Liebe bin ich bei dir, betrachte dich und wenn ich dich so sehe, dann weiß ich, dass dir Gutes geschieht. und nach einer Weile bitte ich dich aus dem Wasser hinaus zu steigen. Ich trockne dich sanft ab, hülle dich in einen wundervollen weichen Mantel, lege ihn dir um deine Schultern und übergebe dich deinen inneren Helfern, damit sie dich wieder nach Hause in das Hier und Jetzt bringen mögen. Voller Liebe habe ich für dich gewirkt und ich bedanke mich für dein Vertrauen und sende dir den himmlischen Gruß der allerhöchsten Liebe der Wirklichkeit. Wirklichkeit Untertitelung. BR 2018